So, ich möchte Ihnen jetzt nur einmal die Einhandbedienung der Trinkflasche vorführen. Man braucht wirklich nur hier auf den Knopf drücken, dann springt der Verschluss hoch. Das ist wirklich kinderleicht. Wenn wir uns verschließen, geht die genauso einfach. Einfach zudrücken und fertig. Ist dann auch hundertprozentig dicht, da kommt also nichts raus. Schade ist nur, dass das keine doppelwandige Edelstahlflasche ist, sondern nur eine einwandige. Dadurch wird die außen sehr, sehr heiß, wenn man heiße Getränke einfüllt. Also man kann die wirklich kaum festhalten und kühlt sich dann drinnen auch dementsprechend schnell ab. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, aber für mich auch ein Ausschlusskriterium. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.